Musik Hallihallol und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Yay! Mit Floh und Hallol! Okay, ihr seht schon, ich habe einen Account gemacht. Aber ich möchte einen neuen machen. Nie playen. Die Idee, wie zu der Idee kam, das Spiel zu spielen. Wir haben uns eben nochmal unser allererstes Video zu Amnesia Machine 4 Picks angeguckt. Alter, wie habe ich mich da bitte noch angehört? Genau. Und dadurch kamen wir auf die Idee, Amnesia The Dark Descent zu machen. Da wir schon Ewigkeiten nicht gebracht haben. Ja, machen wir mal Start New Game. Ihr solltet wissen, uns geht es gerade sehr gut. Ja, wir haben etwas Gutes am Sippen sein tun. Ja, ich brauche mehr Meme. Oh nein. Oh, du hast noch ein Meme. Kann ich? THC. Alter, wie viel hast du noch? genug. Ich kann mich nicht so schnell kippen. Echt? Nein, nicht so schnell. 25. I must hurry. My name is Daniel, I live in London at Mayfair, Mayfair, whatever. Okay, what have I done, this is crazy, don't forget, don't forget, I'ma stop him, focus. My name is, is, I'm Daniel, push off, hey, my namest, my namest, my namest, Daniel, oh, 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 oh. Ach, hast verschüttelt? Nicht wirklich, auf meiner Hose. Okay, gut. Denn Peter, Ines ist etwas Lautes und Omi tut das gut. Nee. Ich glaube, wir haben sehr harte Spastungen. Kann sein, aber wer von uns beiden wird das jetzt wohl gewesen sein? Hm, das fragen wir uns auch. Ich sehe die Kirche abprobt. Da sind wir auch schon. Gott, der mit Minis. Aha, die Tür geht auch schon auf. Oh Gott. Nehmen wir mal einfach mal aus Jux den Stuhl mit. Mimlal war immer noch nicht ganz schweb. Ja, Selfmade spielt Call of Duty Black Ops, das interessiert uns einen Scheiß. Peter? Ja, Peter spielt Black Ops. Ich brauche mehr Sahne. Ja, wir spielen das gerade hier so als Remake für Machine for Picks quasi. Hast du das gehört? Nein, halt, stopp. Warte, 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 Options. Perfect. Ministerpflicht. Oh nein. Okay, back to game. Ich glaube, das FOV war normal. NP. Okay. Dann nehmen wir halt mal den Stuhl. Gott, wir sind gerade durch. Ich glaube, ich muss wieder Sprahlen in deinem Säseldipp brühen, genau. What? Ich glaube, ich muss wieder Sahne in deinem Käseldipp sprühen. Bitte nicht, Minis. Oder hier auch dein Kack. Der Käseldipp hat sehr süß geschmeckt, also ich... Schau mal, das hört man in der Aufnahme. So, wir nehmen mal zur Sicherheit den Stuhl wieder mit. Ich glaube auch, wenn nicht, mache ich Audioaufnahmen extra. Oh, das ist schon lange. Bitte nicht. Oh nein. Eine sahnige Maschine. Na, was passiert denn hier? Da passiert mal ein Schmackbar. Ich glaube, wir werden angelutscht. Hey. Hey, ich möchte nicht in die Ecke gucken. Bitte nicht. Kleiner Fego, steh auf. Bitte stehen Sie auf. What? Lol. Sos. 420 Gigawatt. Warte, die Tür dann bitte eingelutscht. Scheiße. Omi ist geheimlich am Berg, aber das weiß man als Karolper noch nicht. Das Lustige ist... Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Äh... Oh Gott, das hört sich ekelhaft an. Oh mein Gott. Ist die Schlagsahne schon alle? Bitte sagt, dass sie schon alle ist. Oh, nein. Die Schlagsahne ist noch voll. So, hier ist ein Raum. Oh, nein, ist das gruselig. Oh, nein. Halt, für mich. Blech. Das leckt manchmal ein wenig, aber ich denke mal, das... Ich denke mal, das ist nicht schlimm. Also, ohne Aufnahme habe ich das Problem nicht so sehr. Aber wenn wir uns doch mal unseren schönen Stuhl mitnehmen. Ah, da ist so eine Tür, so ein Übergang, ne? Old Archive. Minis, don't roach too much, please. The other Chiron cheered him on. His name voiced in a steadily rising pace. Urging him to do it. Okay, gut. Ich konnte es nicht komplett vollziehen. Ich glaube, ich muss hier Sahne drauf machen. Nein, 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 nein. Stop, Minis, please. Minis, der. Oh, nein. Was ist das denn? Minis, der ist nur noch ein plötzlicher Aufenscheiße. Fahr doch. Minis, der ist ja gut hier drin. Ja, 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 ja. Gott, jetzt geh schon, verdammt. Was haben wir denn eigentlich in unserem Inventar? Gar nichts. Gar nichts. Ja, nichts. Ich glaube, hier finden wir... Ist gut. Hier finden wir die Laterne. Meine Fresse. Jetzt bitten wir die Sprühsanne an. So, wir haben die Sprühsanne aufgehoben. Aha. Wow. Hey, it's magic. Was ist das? Ist sie flüssig? Guck. Warte. Minis, on your trousers. Oh, man. Shit. Ja, Minister Flöl Aka Abayo Hazard hat gerade seine Hose vollgesaut. Ja, und die ist schwarz und ich habe die Himmelweißer Sprühsanne versaut. Wir haben hier allerdings die, äh, wie heißt es nochmal? Die Lanterne? Jetzt nochmal. Lanterne. Ah, die Lanterne, ja. Ja genau, die Lanterne. Die habe ich gerade ausgemacht jetzt. So, dann ist es wieder auf. Das ist vielleicht immer noch. Ja, ich weiß. Gott, verdammt nochmal. Minis Flöster. Ja, hier haben wir einen Besen und noch eine Zünderbuchse drin. Pickt-up-Tinderbox. Da sieht man es ja zur Zünderbuchse. Da ist immer noch was drin. Das kriege ich nicht raus. Glück gehabt. Bitte nicht. Glück gehabt. Hast du das jetzt echt alles verzerrt? Ja. Wollen wir mal die Tür schließen? Ich glaube, ich muss gleich nochmal losgehen und der Schlöster. I wish I could ask you how much you remember. I don't know if you there will be anything. Ach. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja, 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 ja. Hier ist auch noch so ein Meme. Äh, I don't know. Mi is already fucked kinda. Scheiße, in die Flasche klebt. Echt? Ja. Ja gut, Meme ist ja auch zuckerhaltig. So, ähm. Was gibt es hier eigentlich? Was gibt... Aha, hier ist der Schalter. Hier gibt es einen Schalter. Was? Aha. Jetzt öffnet sich hier eine Tür und wir kommen zu der Eingangshalle. Eingangshalle. The door slammed shut behind him and he knew he would never again see the old trailer at Berkley's Square. Taylor. Taylor, sorry. Another Lonson Lonson would be kind of fitting. Hold down left mouse and move them in the direction you want to move. Entrance Hall. Yeah, sorry, sorry. My English girls are kind of fucked up because I'm drunk. What the fuck is happening? Alexander, is it inside the castle? Hey! Is this in, uh, Borg? What the fuck are you doing? I don't know. Is it connected to the... What did you call it? Um, was hast du es gerade genannt? Ja, the Inner Sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the... The refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Benit. Spiegel. Benit. Spiegel. So, dann geht's schon weiter. Ich weiß nicht, wieso unser Spielstand auf Englisch ist. Ähm... Kann sein. Wir sind gerade einfach zu betrunken. So, was ist das denn hier unten eigentlich für'n Dingin? Raffinerie. Aha. Komm aber jetzt noch nicht lang. Was zur Hölle? Komm aber noch nicht lang. Wegen Keter. It's tough and piling. I can't be thrown by hand or tools. Also, es ist... Es ist irgendwie total elastisch und... Sie ist biegsam und kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Kann das auch gelöst werden? Genau. Ich denke mal, das ist der erste Part von Amnesia... Amnesia? The Dark Descent? War's das nochmal? Oh. Ja, Amnesia The Dark Descent. Und ja, dann sehen wir uns im Part 2 wieder. Cheers, Sonos von den Serious Shadows. Exig. Aí The Dark Descent